Finden wir jetzt wahrscheinlich im Haus irgendwo ein Feuerzeug oder so, dass wir damit kombinieren können und dann, um dann da oben die Kerze anzuzünden. Das würde mir jetzt zumindest irgendwie so logisch, ähm, vorkommen. Ihr merkt, ich muss jetzt hier schon ganz schön Rätsel raten, denn so weit hatte ich das Spiel bisher nur wirklich ein einziges Mal und das war irgendwann Mitte der 90er. Ja, also selbst, ähm, ja, selbst wenn, ist es einfach zu lange her, um sich an jedes Detail zu erinnern, aber ich glaube, es hat auf allen Fällen was mit der Kerze zu tun, ich glaube, sie muss auch brennen. So, so daran, uah, ah, fuck, nein, nicht zurück, jetzt habt ihr ganz, ganz kurz mein DX-Story gesehen und mein Scum-VM, gut, aber das ist ja alles jetzt nichts Besonderes. Vielleicht nochmal ganz kurz mit, äh, mit unserem Kumpel hier quatschen, mit dem Ol Lopez, vielleicht ist dem ja mittlerweile etwas eingefallen, ist mir auch gleich der Stift runtergefallen. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Na klar, Mr. Astrobat. Ich habe hier auch ein Feuerzeug einstecken. Aber sicher, Senor. Wie? So. Schon irgendwelche Ideen? Noch nicht so dicht. Nein, dem ist auch noch nichts eingefallen. Wir... Wissen Sie, was das ist? Sie, ich habe ein ähnliches Werkzeug, um die Installationsschächte auf dem Anwesen zu öffnen. Aha. Schon irgendwelche... Noch nicht so... Gut, aber leider bringt uns diese Information nicht weiter, aber... Adios, Senor Stobat. Wie geht man einfach in seinem komischen, ja, Werkzeugsraum, sag ich mal, wo... Werkzeugsraum, auch ein Werkzeugraum, äh, in dem er, ja, hinten seinen Schloch, äh, seinen Schloch, seinen Schlauch angebracht hat und gucken da mal. Ach, finden vielleicht hier, ne, dürfen wir uns ja hier im Haus frei umsehen. Jetzt gehen wir da auch rein. Ja, so einer sind wir nämlich. Nur ein kleiner Nebenraum, ohne Ausgang. Wenn man das Fenster nicht zählt, was ich nicht tue. Ach, verdammt. Und vielleicht nochmal hier irgendwie in der Rüstung nachgucken? Ich werde diese Rüstung nicht anziehen und sonst fällt mir kein Verwendungszweck ein. Gut. Eine, eine Pflanze. Ich will keine Zimmerpflanze. Gut, dann vielleicht da hinten einfach zu den Hunden gehen und mich auffressen lassen. Okay. Gut, dann eben nach oben und uns oben umsehen und hoffen, dort irgendetwas zu finden. Ein Feuerzeug zum Beispiel. Die Titel sagen mir nichts außer einer uralten Ausgabe von Don Quixote. Ich bezweifle, dass die Tempelritter irgendwas da drin versteckt haben. Ein Bücherregal sieht irgendwie sehr formell aus. Eine alte Standuhr lehnt sich an die Wand. Wir gucken einfach mal aus dem Fenster. Von dem Fenster aus kann ich eine Art Balkon entdecken. Er sieht nicht so aus, als würde er häufig benutzt. Was bitte soll ich mit einem Schweinekopf anfangen? Über dem Kamin hängt ein Eberkopf, der nicht sehr fröhlich dreinschaut. Es ist ja auch schwer fröhlich auszusehen, wenn man einen Kamin als Brustkasten trägt. Es ist entschieden zu warm, um ein Feuer anzuzünden. Der Kamin war vorbereitet und fertig. Er wartete nur darauf, dass die Jahreszeit kühler wurde. Und was bitte mache ich mit einem Stapel Holzscheite? Neben dem Kamin ist Feuerholz aufgestapelt. Militärhardware Marke Mittelalter. Ich will hier ein Rätsel auflösen. Ja, damit hätten wir jetzt hier auch alles durchsucht. Unsere einzige Möglichkeit wäre dann wahrscheinlich, nochmal mit ihr zu sprechen, um zu hoffen, dass sie uns noch einen weiteren Tipp geben kann. Hallo nochmal, darf ich mich setzen? Bitte bedienen Sie sich. Aber das ist leider nicht der Fall. Ich schaue mich mal... Mein Haus... So. Dann können wir noch hier aus dem Fenster schauen. Durch das Fenster kann ich den Garten und... Einschließlich Lopez, der das verdammte Ding noch immer sprengt. Ein großes Fenster mit Fenster lehnen. Durch das Fenster... Einschließlich... Hm, gut. Dann kommen wir auch an dieser Stelle leider erstmal nicht weiter. Darf ich hier wieder ganz schön überlegen? Und zwar... Haben wir jetzt hier schon alles durchsucht, da oben? Ich käme niemals da hoch. Ein großer Kerzenleuchter mit einfachen weißen Kerzen bestückt. Wahrscheinlich recht beeindruckend, wenn er brennt. Und er hält die Mottenplage in Grenzen. Nur ein kleiner Nebenraum ohne Ausgang. Wenn man das Fenster... Mir war gerade so, als ob es hier noch eine zweite... Aber gut, das war wahrscheinlich dann nicht zu sehr nach drüben gekommen. Gut, dann gibt es jetzt hier leider erstmal nichts. Da oben noch... Ich brauche keinen Beweis dafür, dass der Tierpräparator sein Handwerk versteht. Ach, sehr gut. Mir widerstrebt der Gedanke... 30 Meter Gartenschlauch mit mir herumzuschleppen. Also lasse ich ihn einfach liegen. Ja, besser ist es auch. Nein, ich werde mich doch nicht an Lupes Schlauch vergreifen, wo wir doch gerade so gut miteinander auskommen. Gut, damit können wir jetzt aber leider hier auch nichts mehr machen. Gut, damit wären wir jetzt hier eigentlich soweit durch. Und uns bleibt eigentlich nichts mehr anderes übrig, als wieder zurückzugehen und zu schauen, dass wir das Rätsel des Mausoleums doch noch irgendwie selbst gelöst bekommen. Ich gucke nochmal, ob ich jetzt hier so auf dem Weg noch irgendetwas vergessen habe. Aber es sieht nicht so aus. So, wir gehen wieder zurück nach hinten und haben immerhin die Gewissenheit, dass wir nichts vergessen haben. Das heißt, wir können uns jetzt in Ruhe da in den vier Wänden, die ein runder Raum eigentlich gar nicht hat, aber immerhin da uns jetzt irgendwie toträtseln. So, und ich hoffe mal, vielleicht finden wir hier draußen noch irgendwas. So, aber nichts außer das Blaue Meer ist hier leider zu finden. Hinter dem Mausoleum waren wir schon, da gab es auch nichts. Na, meine Idee ist ja hier, um einfach das mit den Kerzenständern da anzustellen. Von der Decke hängt eine große... Sie sieht sehr... Ich komme da oben nicht dran. Aber wir kommen halt auch damit da oben nicht ran und das stört mich gerade so ein bisschen. Weil das dürfte ja eigentlich nicht sein. Wir probieren mal einfach so ein paar Sachen aus zu kombinieren. Ah! Okay, mit dem... Ah, klar! Ah! Warum bin ich da noch nicht früher drauf gekommen? Und natürlich... Jetzt haben wir da unser Taschentuch dran. Können es jetzt an der Kerze entflammen. Und das entflammte Taschentuch dann ab nach oben zur Kerze. Wir zünden sie an. Es erscheint Licht. Jetzt noch die... Sauerst... Ah, okay. Alles klar. Und zwar das Problem ist jetzt natürlich folgendes. Da oben ist ja das Fenster offen, also kann auch die Kerze nicht lange brennen. Deswegen machen wir das Fensterchen da oben zu. Wir nutzen unser mittlerweile etwas angekogeltes Tuch, aber es funktioniert noch. Die Frage ist, würde unser Taschentuch irgendwann komplett verbrennen und wir hätten keine Chance mehr, da oben die Kerze anzuzünden. So, jetzt... Ran an... an die... an die Kerze. Oh! Und es werde Licht. So. Okay. Kerze brennt. Brennt zur Hälfte ab. Moment mal, da ist doch was drin! Und es fällt nach unten und uns in die Hand. Die Kerze hat besonders hell gebrannt, aber nur wenige Minuten. Irgendeine besondere Mischung, vermute ich, das hier ist dabei herausgekommen. Eine komplexe Form, von Expertenhand aus Stein geschnitten. Ich halte es für eine Art Schlüssel. Ein glattes, wunderschön bearbeitetes Stück Stein, das in der großen Kerze versteckt war. Gut, jetzt haben wir den Schlüssel, aber was fangen wir damit an? Aber ich glaube, hier können wir damit nichts mehr machen, oder? Vielleicht erziehen dieses... Ne, können wir nicht. Ist auch nichts mehr groß zum Dingsen dabei, aber vielleicht ist ja mittlerweile Lopez eingefallen, wo der alte Brunnen war. Und vielleicht haben wir jetzt ja auch den Schlüssel dahin. So, und deswegen gehen wir jetzt einfach zu ihm hin und, ja, fragen ihn mal. Und sind auch mal gespannt, was er jetzt nach der ganzen Grübelei für sich selbst so herausbekommen hat. Na, ich weiß es. Moin, Junior, wir müssen einfach nehmen Dynamit und sprengen alles in die Luft, dann wir sehen, ob da ist Brunnen. Okay, das klang jetzt nicht gerade spanisch und ich möchte damit jetzt auch niemanden in irgendeiner Form diskriminieren. Deswegen überspiele mir diese peinliche Situation jetzt einfach und gehen zurück zu Lopez. Hallo, Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Schon irgendwelche Ideen? Wir suchen nach einer Wasserstelle. Sie? Richtig. Seit vielen Generationen kennt die spanische Landbevölkerung einen geheimen Weg, Wasser aufzuspüren. Selbst wenn es mehrere Meter unter dem Boden liegt. Oh, Sie reden nicht zufällig von Wünschelroutengängern? Bitte? Sie wissen schon, Sie nehmen sich ein Stöckchen, rennen damit rum, bis es zuckt und da buddeln Sie dann. Ah, Sie haben schon davon gehört. Der größte Teil der Weltbevölkerung auch. Okay, suchen wir uns einen Stock. Uno momento. Es muss eine spezielle Route sein. Ein Y von einem Haselnussstrauch. In Ordnung. Haben Sie hier irgendwo Haselnüsse? Si, hier. Das sind Haselnüsse. Haselnüsse. Okay. Bis später, Lopez. Adios, Senor Stobart. Okay. Jetzt brauchen wir hier irgendwo einen Haselnussstrauch. Und jetzt weiß ich auch, warum wir da hinten einfach mal um das Mausoleum herumgehen können. Denn dort, ja, finden wir auf jeden Fall einen Haselnussstrauch. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Irgendwie. Der Mauscursor winkt uns zu sich. Und da denke ich mal. Nee, haben wir nicht. Ich will keinen Ärger. Hm. Ich würde gerne schwimmen gehen, aber ich habe keine Zeit. Das Mausoleum der Devasconcellos. Wo fünf Tempel... Hm. Okay. Hier finden wir keinen Haselnussstrauch. Wo finden wir jetzt hier bitte einen Haselnussstrauch? Auf diesen unendlich großen Grundstück. Und so. Manchmal fühlt man sich einfach vom Pech verfolgt. Naja gut. Solche Spiele wären ja meistens zum Ende hin immer noch ein bisschen super knifflig. Was einfach nur dazu dient, um die Spielzeit in die Länge zu treiben. Aber gut. Damit muss man leben. Wie auf alle Fälle. Nee, das ist auf keinen Fall ein Haselnussstrauch. Das da hinten auch nicht. Wo kriegen wir jetzt hier bitte einen Haselnussstrauch her? Das ist ja mal wieder... Mensch, Lopez. Hättest du nicht besser vorbereitet sein können? Auf die Idee mit der Wünschl-Route hätten wir auch irgendwie selbst kommen können. Vielleicht haben wir jetzt da Glück. Und das ist hier ein Haselnussstrauch. Auf jeden Fall können wir doch die Lupe benutzen. Ich gehe rüber, um einen brauchbaren Zweig zu finden. Juhu. Es ist ein... Aha. Jee, wir haben jetzt den benötigten Zweig. Eine dünne, biegsame Haselgärte. Sehr gut. Und jetzt damit zurück zu Lopez. Und dann einfach mal hoffen, dass er damit etwas anfangen kann. Weil, ja, jetzt hier zu laufen bis er zuckt, ist irgendwie nicht gerade so pralle. Aber gut, vielleicht hat Lopez ja recht. Hallo, Lopez. Haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. So, jetzt habe ich meine Wünschl-Route. Und nun? Ganz simpel, Senor. Halten Sie die Route an den oberen Enden des Y-Fest. Üben Sie ein wenig Druck aus dem Handgelenk aus, sodass die geringste Bewegung der Rutenspitze deutlich lebt. Und gehen Sie langsam und gleichmäßig über das Grundstück. Das klingt wirklich leicht. Wir werden den Brunnen im Nullkommanichts gefunden haben. Vor allem sieht es äußerst deppert aus. Zehn Jahre später. Fünfzehn Jahre später. Als nächstes sehen wir George Dobbert Jr., weil George Dobbert schon längst gestorben ist. Warum liegt da dieser Kreis herum? Die Bezugelung.